ja willkommen zu agario wir werden die folge nicht so lang machen ansonsten krieg es nicht hin das hochzuladen ja mir gefällt agario recht gut muss ich sagen ich werde die folge nicht so wie gesagt nicht so lang machen weil ansonsten kriege ich die nicht gescheit hochgeladen aber ein bisschen möchte natürlich schon machen zu level 5 zu kommen das wäre natürlich schon was ganz schönes wäre was feines nur wenn man denn die geschwindigkeit wie ich gerade sterbe weiter stirbt dann bringt das nichts sollte am besten nicht so viel machen dass man schon voll wird dadurch weil es gab schon so viele verdammte aufnahmeversuche von agario die sind alle gescheitert und die sind alle nicht gut gelaufen und deswegen mache ich die folgen agario jetzt ein bisschen kürzer eigentlich mache ich es alle ein bisschen kürzer aber wie gesagt dafür kommt vielleicht auch mehrere pro tag das muss man natürlich mal sehen am wochenende können mehrere folgen kommen schätze ich mal weil im moment ist es so doof in der woche und in der woche finde ich kann man immer so schlecht videos machen weil man hat dann auch noch schule und dann funktioniert das nicht und danach herrje deswegen schon sehen dass ich in der schulzeit doch ein bisschen was macht videos aber eben aufpassen dass ich es nicht irgendwie okay das ist immer natürlich schlecht geld ich gerade eigentlich habe ich viel geld gerade ist man denn wirklich gut und viel schaffen kann und viel schaffen kann sondern wirklich viel gutes ich habe ich habe es so sehr bin ich einfach von denen weggefressen werde wie so ein kleiner genommen der die augenlich auch nicht interessiert aber ich bin bald auf jeden fall level 4 wenn ich level 4 bin dann ja das bin ich glaube ich auch bald weil meine position ist immer ziemlich niedrig weil ich immer recht schnell sterbe wie zum beispiel wieder jetzt aber jetzt war ich 78 und nicht 80 78 und 80 ist nicht so ein großer unterschied wenn man mal bedenkt ich will dich essen du kleiner wenn ich den nämlich nicht schnell es dann kann ich den nicht mehr essen weil der dann irgendwann mal man kann sich auch nicht richtig bewegen das war richtig doof naja ja ich bin ach so die skin bekommt man automatisch oder wie jetzt verstehe ich die skin bekommt man automatisch jetzt habe ich es verstanden kann man die skin auch weglassen oder muss man dann die skin haben belgien was ist das keine ahnung was das für ein freak war naja immer direkt vor so einem riesenviech zu spawnen das kann ich auch nicht leiden und damit verabschiede ich mich wieder von agario und sagen dann mal tschüss wie gesagt ich habe es noch nicht gesagt aber ich kann es mal sagen wenn man spiel kommen als crime city police driver wo man in der polizei aus durch eine stadt fährt kann man sich schon mal darauf freuen mein kopf auch wird alles kommen damit sage ich jetzt tschüss es ist mittwoch 13 der erste 2016 es ist 16 35 und ich sage tschüss